Hey Leute, ich hoffe ihr habt ein schönes Wochenende. Also meint, das ist absolut genial. Ich hab da vorhin schon wieder ne Story gehört. Ich kann sie nicht für mich behalten, deswegen muss ich sie euch erstmal wieder erzählen. Hört zu. Kommt ein Mann in eine Kneipe und bestellt ein Bier. Als er zahlen will, sagt der Wirt 2,60 Euro. Der Mann zählt 26,10 Cent Münzen ab und schmeißt sie hinter die Theke. Der Wirt ist stinksauer, sammelt aber das Kleingeld ein und flucht vor sich hin. Am nächsten Tag kommt der Mann wieder und bestellt ein Bier. Als er zahlen will, sagt der Wirt erneut zu dem Mann 2,60 Euro. Der Mann legt einen 5-Euro-Schein auf den Tisch. Jetzt hab ich dich, denkt der Wirt, zählt 24,10 Cent Münzen ab und schmeißt sie zu dem Gast. Sie verteilen sich im ganzen Lokal. Der Mann überlegt kurz, legt dann 20 Cent auf den Tisch und sagt, ich hätte doch gerne noch ein Bier.